Willkommen zu American Arcadia. Das Game ist noch nicht lange draußen und die Bewertungen haben mich sehr angesprochen und vor allem auch, worum es in dem Game geht. Denn wir sind ein TV-Moderator, ich glaube, oder ein Schauspieler, der in einer TV-Show gefangen ist und nicht rauskommt. Er gefällt mir sehr gut, das war ein interessanter Anreiz, wo ich dachte, let's go. Meine Community, die auch bockt, die ist gerade live dabei auf www.twitch.tv. Wir gehen rein und mal gucken, was uns erwartet. Es kann ja nur geil sein. Let's go. So, Textsprache auf jeden Fall, Deutsch, Untertitel an, damit nicht wieder irgendwer, oh, Motion Sickness Verringerung, ein. Wow! What is this, Mr. Walton? This comet is our new project, Arcadia. It looks like a city from outer space. Ha ha, not quite. Arcadia is indeed a city, but it would be built right here, in America. Golly! Picture a city of dreams and hopes for the young and old alike, where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. Gee, that sounds like a dream, Mr. Walton. Because it is a dream, comet. And remember, to reach our dreams, we need to soar higher than ever before. The American Dream. Are you ready to proceed then? Uh, yes. Yes, I'm ready. Good, we're recording now. So, please, sir, state your name, age and occupation. Trevor Hills, 28. Senior Account Manager at INAC. Although, I'm not sure about that anymore. I'm also the most popular person in Arcadia. But you probably already know that, right? Mm-hmm. Subject 10392, you are entering a restricted area. Okay, was zur Hölle tut jetzt hier? Also, bin ich, bewerbe ich mich jetzt? Hören Sie auf, sind wegzulaufen. Oh Gott, Hilfe. Bewerbe ich mich jetzt gerade als Schauspieler? Was tue ich hier? Oh Gott, Hilfe. Was zur Hölle? Hey, you have to catch me first, you jerk! Oh Gott, Hilfe. Ah! Okay, Story. Oh mein Gott. Oh, erst wird die Beine gebrochen. Let's go. Yes, we know that, Mr. Hills. Please continue. Ah, ich bin Schauspieler. Ah, I used to have a mundane life. Just my everyday routine. And I liked it that way. But, I think it all probably began about two weeks before that dreadful day. Mm-hmm. Good morning, Arcadia. Today we're enjoying a splendid temperature of 77.1 degrees and a humidity of 53% on this beautiful sunny Friday morning. Da ist dieses Dream of an Arcadian. Good morning, Arcadia. Oh, geil. Geil, wenn du so aufschließt und alles passiert so automatisch. Geile Bude. Cooles Haus. Wieso hat man in der Mitte seines... Ich frag mich. Warum ist hier ein Aquarium? What do you say? Up for another exquisite Cabbage Breakfast? Attaboy. So der perfekte Desperate Housewives-Tag, ne? Autodroid 2 full cleaning. Ach, geil. Ach, geil. I was pretty good at Spectrex when I was a kid. But I'm not into Videogames anymore. What for a riesen Fernseher? It's not a Steinway, but it fits in my comfy hobby. Okay, let's go. Ach, schön. Das ist ja voll schön. So voll die happy Nachbarschaft, ne? Alles wunderbar. Hallo, Mr. Morgan. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, das mit den Drohnen und äh... Glaubt ihr, dass es irgendwann wirklich Drohnen gibt, die uns Pakete liefern? Dass das wirklich funktioniert? Und nichts abstürzt und nichts geklaut wird? Guten Morgen, Mr. Bernstein. Guten Morgen, Trailer. Ja, alles wunderbar. Es sieht irgendwie aus wie in den 70ern oder so in den 80er, 90ern, aber es ist schon so high-tech. Hier auf der Seite, ihr könnt ihr das Walton-Familie-Memorial sehen. Wow. Also die Community sagt ja mit den Drohnen. Mhm. Ich arbeite also hier. Okay, erst mal abstempeln. Oh Gott. Oh Gott, furchtbar. Die sagt mir das ja gar schon. Aber hey, hier würde ich auch arbeiten. Das sieht voll nice aus. Ist ja voll die geile Lounge. Ja, sicher, whatever. Ist ja voll fest. Schau dich das mal an. Hallo. Hey Trevor, are you up for the Blitz-Festival-Party tonight? It's in the Limelight Club. Sorry, no can do. I'm, I'm behind schedule. And I'm not much into clubbing either. Think you can have fun by yourselves without the life and soul of the party? Ha, we'll try our best, man. Stimmt, guter Punkt von The Fallen Angel. Der ist 28 und arbeitet seit 10 Jahren dort. Seit er 19 ist, ja. Fesch. Trevor, my man. Hiya, Gus. You look good, buddy. Been going to the gym? Nah, I need a gym to keep this ripped body in shape. Hill's jeans. By the way, you going to the Blitz-Party tonight? Nope. I still have some stuff to finish here. Trevor, man, would it kill you to have a little bit of fun once in a while? Sending to Ada. I do have fun, moderately. I enjoy doing my job. Validated. You won't be enjoying it so much now that Romano is our new supervisor. Sending to Ada. What? Romano? Seriously? But that guy is a moron. Um, uh, validated. You know, Gus, sometimes I get the feeling that only absolute jerks, egomaniacs, and obnoxious people thrive in this company. I didn't know you were interested in the supervisor's job. Sending it to Ada? Validated. And I'm not. But Liam Romano, man. You've got to be kidding me. Guy. Have you ever wanted to leave all your worries behind and have the time of your life while exploring the world and making unforgettable memories? Now, thanks to the Arcadia Edge Travel Grant, you can experience what you've only dared to dream of. Because not everyone who wanders is lost. The Edge Travel Grant, only in Arcadia. Apply now through ordinary mail or Adena. Ah, Mr. Hills, you haven't really told us anything out of the ordinary so far. Do you really need to go through... I, I know, what I've told you might seem irrelevant now, but it'll help you understand later. Trust me. Bin ich in der Verhörung? Bin ich in der Verhörung, ist irgendwas passiert? Wahrscheinlich. Neun Tage vor diesem grauenhaften Tag. Hey, das ist das coolste Game. Das wird richtig fesch. Okay. Bei diesem grauenhaften... Wurde ich gefeuert? Oder... Was ist passiert? Guten Morgen, Arcadia. Es ist ein schöner Tag in der Stadt von morgen. Wir erwarten ein High von 75 Grad Celsius. Oh. Ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier, oder? Jeder Tag ist irgendwie gleich. Sehr geil. Das ist voll nice gemacht. Es ist auch inspiriert an der Truman Show, glaube ich. I don't think so. He just left early today. Really? He didn't say anything to me. We're gonna fall behind schedule. Man, I'll be working over time, to send all these ADA-Memos by myself. Thank you, Gus. Oh. Es ist auch inspiriert an den Truman. Also an den Kommentaren haben ganz viel gesagt, es ist wie Truman Show. Okay. Was kann ich hier machen? Oh, ich kann hier mit der Kamera reinschauen. Die Lampen ausschalten, einschalten. Drücke Y. Um mit deinem Gerät zu interagieren. Hey. Hey. I'm still working here. Was? sie lügen nicht an sei nicht dumm sechs tage vor dem hauenhaften tag okay hatte auch den eindruck der film ist echt gut regt zum nachdenken an ich finde es jetzt schon voll spannend irgendwie ist jeder tag gleich habe ich weiß noch nicht es erinnert mich auch ein bisschen an den film weil der hat auch irgendwie gleichen tagesablauf und mich erinnert mich würde es interessieren ob das jetzt schon immer der gleiche tagesablauf ist oder wirklich jeder tag zugleich ist guck mal ich bin nur diese kamera kann hier umschalten aber ich werde also beobachtet wir werden alle beobachtet es ist hier irgendwie so ein überwachungsstaat welcher ist es eigentlich nicht es ist so schön hier das ist ich würde auch voll gern arbeiten mein fellow citizens we have a new edge travel grant winner his name is hey isn't that gus augustus rainy a 31 year old senior account manager at inak soon gus will be enjoying fiji's pristine beaches and crystal-clear waters i hope he packed an aloha shirt and a pair of sunglasses hmm that's weird gus was never interested in any of this wie wirst du einen nervigen mitarbeiter los ohne dass jemand nachfragt ja hier haben wir überhaupt ist einfach hat eine geile reise gewonnen ist von der nie wieder zurückkommt interessant so kann man es auch machen so i barely got to meet him you know they promoted me to a supervisor two days later gus the globe trotter left us romano i really doubt that gus ever applied for the travel grant ah you know gus not much of a talker what a lucky son of a gun though huh huh fiji kill for a beach trip right about now anyway make sure that reporter is ready for tomorrow will it be ready romano don't worry about it wie der tag alles gleich na das würde ich aber auch beobachtet werden natürlich es würde irgendein geist wir was sagen wollen sie lügen dich an sei nicht dumm wenn die urlaub machen kommen die ja aus der stadt und der show raus stimmt und wahrscheinlich werden sie dann eliminiert und wieder hier wie viele tage bin ich jetzt aber in fast zehn tage zehn jahre dabei ne herr 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 lüge mich an und warum war das ist so schön die grafik und alles recht toll frances geht irgendwas vor sich beim ich bin 28 ich bin voll der boomer könnte ich sehe aus wie 50 mit dem bad das sind dave have you noticed some weird things going on lately no no lights going off music suddenly playing in the system no nothing okay well forget it ja da sagt ähm äh miss kohlenchuk sagt das ist eine so eine brain so ein brainwasch ding und ich glaube es fast auch oder wir haben so angst zu reden weil wir nur beobachtet werden das ist ein echt cooles konzept finde ich auch tag drei vor dem furchtbaren tag ich wollte gerade wissen ob die wieder das gleiche sagen die gleiche party was wieder eine andere party der stadt wird wo jeder beobachtet das glaube ich auch täglich grüßt das murmelt hier ja ja irgendwie stehen auch immer wieder die gleichen menschen zusammen ne oh ich werde beobachtet ich habe mich ein bisschen beobachtet ein bisschen paranoid ist ja auch so ja ich glaube auch ich habe ein bisschen angst gerade geräte anzuschalten weil ich denke ich werde wieder verrückt ich mache jetzt keine geräte mehr an ach komm schon das wird schon es sind doch nur noch zwei tage bis zum desaster der tag des grauenhaften also dieser grauenhafte tag wird wahrscheinlich gefeuert oder das war wahrscheinlich die worst two weeks in my entire life oder at least the weirdest although it was nothing compared to what i was going to experience later that day do you know they even had a name for it you mean a name for your yes that's it the day the running started oh the day the running started okay i have to get a hold of myself okay it's friday just a few more hours of work and the week will be over i'll finish here go back home have a glass of warm milk go to sleep no thank you ja ich glaube das ist auch nur eine ausrede dass leute sich bewerben damit man einfach sagen kann die haben sich beworben und die verschwinden dann einfach aus der firma ich habe so ein bisschen stanley vibes also von dem spiel parable auf wie heißt das nochmal parable stanley parable das erinnert mich ein bisschen daran die stanley parable war es genau stanley parable wo ist du? okay 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 todays tasks nothing like some routine stuff to keep your mind occupied pump oh come on i didn't even save hey guys did you lose your oh 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 weil ich das gesagt habe Gus ist dead aber das versucht mir irgendjemand zu sagen ne ui 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 oh ich wusste es doch wir wussten es alle was on earth don't be a fool sei kein idiot also der arme schinken ja er hat gar nicht die arbeit geskippt er ist einfach nur tot aber warum und wieso und weshalb ist das finden wir es heraus bis wir zum boss oh nein oh 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 aber warum wollen die mich töten weil ich jetzt zehn jahre dabei bin stimmt ich war doch zehn jahre fast dabei passiert irgendwas wenn man irgendwo zehn jahre angestellt ist warum die dann ihre angestellten loswerden nach zehn jahren alles wegen schinken ne alles wegen schinken ne oh shit oh shit oh shit oh shit oh es ist gruselig oh hey hey trevor komm hier nein lass mich oh gott hilfe nein ah ah es ist eklig geht weg ihr schweine und alle gucken zu und wundern sich überhaupt nicht tschau sorry sorry Leute ich muss um mein leben rennen die wollen mich in zwangsurlaub stecken oh 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 Oh, lauf. Okay. Oh. Oh. Ach krass, ich bin eine Hackerin. Wie witzig. Okay, oh Gott. Ja, schön. Ah, okay. Oh. Das bin ich. Cool. Okay, dann müssen wir jetzt das Handy finden. Oh, I'm such a mess. Someday I'll have to get this huge mountain of paper in order. Arpad Kovac signed this postcard for me when I met him at TechCon in 1999. Ach witzig, das hängt nämlich auch bei mir drin. Hier, 123, Billboards, By Apartment, One Coffee, Gusto. Ach, guck mal, da kann ich zugreifen. Witzig, als wir gesagt haben, Gas ist tot. Ach so. Aber wo bin ich? Bin ich so eine Hacking-Gruppe? Ah, hallo. Oh. 1,7,2, 1,3 und 23 wird's sein. Ist das lustig. Okay, jetzt ist die gehackt. Oh, der Arme. Hey, Gene. Okay, dann kann ich das wahrscheinlich raus. Ist ja witzig, das heißt, ich muss quasi hacken. Oh, okay. Okay, was ist das hier? I want Gnu. Ist voll cool hier das Büro auch. Okay, so. Das heißt, ich muss die hacken. Okay, aber ich muss erst mal gucken, welche Sicht der hier hat. Das heißt, das ist gar nicht so einfach. Ich gucke dir die Kamera hin. Die Kamera hat hier hinten den Server Room. Aber ist die Kamera, also ich muss jetzt der richtigen Kamera das richtige Bild zuweisen. Die Frage ist, was sieht denn die Kamera hier? Ah, ja, der untere. Untere, ne? Ja, danke, Leute. Aber das ist cool. Eigentlich wäre das ein geiles Game zu zweit, ne? Dass man dann immer den... Verbunden mit Carmo, genau. Dass man immer den Kollegen helfen muss. Wo ist denn die nächste Kamera hier irgendwo, wo es so gelblich ist? Hier ist rot. Ich ziehe keinen Juck, dass ich hier durch die Gegend laufe. Ah, hier. Die sieht quasi einmal... den Raum hier, den Zweier. Der Zweite. Verbunden, sehr gut. Aber nur noch das Letzte. Wo ist das Letzte? Hier wahrscheinlich irgendwo. Ah, hier ist auch der ganze... Ah, das ist auch sogar die Cam. Die Cam ist hier. So. Und das ist dann quasi das Obere. So. Hochladen. Let's go. Ich glaube, der Schinken hat sich auch verwendet. All the videos are uploaded and playing the loops. I can enter the server room now. Ah, okay. Damit jetzt keiner sieht, dass ich da lang muss in der Server Raum nochmal. Mal, ich schau mal hier kurz nach. Meeting Room. Server Room da hinten. Let's go. Server Room. Aber das sieht doch jeder, dass ich hier reingehe und hacke, oder? Oh, shit. I forgot that Gene still uses the old four-digit security system. And I don't know his Passcode. Hm, shit. Wer ist das? Der GNS-Dingsbums? Der muss doch hier irgendwo sein. Den kann ich doch 100 pro irgendwie hacken. Hello, my friend. War das nicht der, der hier drin war? Nee. Oder der? Nee, der versucht das Internet wieder hinzukriegen. Der war es auch nicht. Hm. Ach so, das sind quasi die Leute, die hier drin sind. Äh. Na? Schinken ist der Wertcode für Gnu. Oder finde ich den irgendwo? Kann ich... Ach, das ist doch Server Room. Ah, 1208. Nicht dein Ernst. Oh, oh, oh. Schau mal an das. Ich kann es nicht glauben. Du bist ein absoluter Schuss, wenn es um die Sicherheitsmechancen zu tun. Dann kannst du gleich deinen Schlüssel unter deine Fußmatte legen. Mach auf. So, geil. Let's go. Was gibt es hier so? Hm. Steht hier dran? Admission. Ist das noch irgendwas? Aha. Also ich finde es ja bewundernswert, wenn Leute so was können, aber ich raff es gar nicht. Okay, sehr gut. Dann gehen wir zurück zu Trevor. Trevor wäre eigentlich jetzt schon längst tot, so lang wie ich brauche. Und meine Handfläche würde ich da auch ungern abgeben, weil ich mir vorstellen könnte, dass das sicherlich gesaved wird. So. Let's go. Oh ja, daran müssen wir glaube ich immer denken, gell? Ja, alle Kameras sind zurück zu... Hey. Oh, uh, Kendra. You think this is normal? Uh, uh, I, I, I can explain. Seriously, I have tons of work to worry about, and they expect me to meet my deadlines with constant screw-ups? This is not normal. Oh. Oh. You mean that? Uh, no, no, of course not. That is totally unacceptable. This is the second time I've had the same sudden crash. Remember it also happened a few days ago? Boom. And all my work goes down the drain in an instant. Yes, yes, I remember. Yeah, sure. Uh, definitely Jean has something to do about that issue, of course. Anyway, looks like it's going to take a while. Fancy a latte macchiato with the cafeteria? Uh, sorry, Kendra. I still have some things to finish, and given what happened to you, I don't want to risk losing all my work too, you know? Okay. Ich hätte es halt gesagt, ich komme gleich. Okay, dann. Lasst uns mal helfen. Let's go. Das ist geil. Cool. Ach, sie hat ihren Stimme-O-Lator ausgelassen. Jetzt kenne ich ihre Stimme. Okay, ach so. Okay, Moment. Gerät wählen. Ja. Ach, witzig. Ist das lustig. Das ist ja megameis. Ist das lustig? Ey, das wäre so lustig, wenn man das zusammenspielen könnte. Cool. On air. Oh. Ah, wir machen auch Nachrichten. Okay, und was machen die für eine Show, von der ich nichts weiß? Ach, da geht die ganze Post hin, also die Post, oder das was wir arbeiten, ist alles sinnlos, weil es hier landet. Das ist alles Fake. Ah ne, weiterzuverarbeitung zu vernichten. Ja, das macht doch keinen Sinn. Das ist keine echte Firma. Oh geil. Hä? Man hat sich bestimmt beworben und dann haben die eine Erinnerung gelöscht. Das kann sein, aber ich arbeite ja seit 10 Jahren dort. Kann mir das nicht aufgefallen sein? Also doch ne Truman Show. Oh mein Gott, das ist Big Brother. Also. 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 14 Arcadia-born citizens. Experience love, drama, and scandal from all of your favorite Arcadia-celebrities. Steve Just, DJ Zoom, Tiffany Amber Gaines, and many more. Vote, comment, and be a part of American Arcadia. Oh Gott, ich bin wirklich Teil einer TV-Show. Live from the Arcadia Dome. I'm your host, Vivian Walton. Oh mein Gott, ist das peinlich, wenn du kacken gehst oder sonst was, das sehen die alle. Oh mein Gott, wie unangenehm. Was? Why on earth would anybody be interested in my life? That's exactly the problem, Trevor. Nobody is interested in your life. Oh, deswegen werde ich rausgeschmissen. Oh. 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 Too ordinary? Too ordinary? Too ordinary for what? To be profitable, Trevor. You're not good American Arcadia material. And here, a popular person means sponsorships, media coverage, ads, merchandise, in short, money. Und als die Audience Ratings von Amerikan Arcadia sind in negativen growth, der Show kann nicht mehr zu behalten, die Leute wie du mehr wirst. Unprofitable citizens need to be... be retired from the Show. Re-retired? Y-you mean... Yes, I mean exactly what you're thinking. But they can't do that, right? They can't kill me, can they? Unlegally? But again? Who's gonna miss you if you never ever show up again? Nobody's interested in your life, remember? Oh my God. This... This is... A nightmare. This... Can't be true. Trevor, I know this is tough to swallow, but we have to keep going, okay? Okay. Okay. Okay, okay, okay. Boah, ist das eine krasse Kritik an die ganze Welt. Schau dir eine Fernsehshow an. Oh mein Gott. Aber wir wissen ja gar nicht... Der Unterschied ist, wir wissen ja alle gar nicht. Das wir in einer TV-Show sind und können deswegen ja gar nicht nach Sendezeit fragen oder das immer absichtlich erstreben. Ach du Scheiße. Ja, volles gute Game. Hey you, whoever you are, I don't see a way around here. There is a wardrobe case back there. Bring it here and climb on it to get to that platform. Ah, und dann? Ah, ich kann die schieben wahrscheinlich, ne? Ah, looky, looky. Ah, okay. Aber das ist ja voll gemein. Also bin ich dort auch geboren worden? Wie sie es ja gesagt hat. Und jetzt werde ich nach 10 Jahren getötet, weil ich langweilig bin. Das ist ja brutal. So, dann kann sie sich wahrscheinlich wieder reinhacken jetzt. Oh, ich bin so arm. Mein Homie wurde auch getötet. Dann ist ein rotes Licht. Hey, uh, hey, I can't see anything in here. Could you do something? Uh, is that better? Now let's try to find a way out of here. Okay, ach so, ich kann das hier bewegen. Ah, look at this. Ist das süß, wie wir hier zusammenarbeiten. So, und dann einmal hoch. Okay, jetzt muss sie das wahrscheinlich für mich runter machen. Oh. Ach nice, ich kann auch währenddessen laufen. Ist das witzig? Ey, das ist so cool gemacht. Okay, jetzt fehlt mir aber irgendwas. Aber was? Ach so, ich muss die Kiste da auch drauf schieben. Das geht ja wahrscheinlich nicht, ne? Oh, es wird ja langweilig zu Action Man, Leute. So, ich bin hier nochmal nach links. Gibt's hier irgendwas? Ne? Ach so, wahrscheinlich muss ich hier... Ah, die Kiste da unten. Okay, ich seh schon. Ich muss nochmal hier nach unten gehen. Und die Kiste drauf schieben. Das schaff ich ja gar nicht. Ach so, ich muss da hochjumpen, ne? Höh! So, jetzt. Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh nein. Nochmal, brah. Du schaffst es. So, nochmal hoch. Und jetzt jumpen. Jump! Jump! So, nochmal. So. Wieder genug. Nicht üblich. Okay, das ist ja eh an. Das heißt, jetzt muss er das schieben. Aber das schaffe ich nicht. Ist hier noch irgendwas, was ich sehen muss? Die Kiste wahrscheinlich muss ich jetzt holen, ne? Ah, oh. Ah, oh. So, dann kann ich nämlich von hier aus rüberjumpen, glaube ich. Ah, das funktioniert gut mit dem Hin- und Herschalten. Ah, okay. Jetzt kann ich hier wieder weiterspielen. Höh! Höh! Oder kann ich das noch weiter rausschieben? So, let's go. Oh nein! Leave me alone! Komm schon, schaffst du. Sehr gut. Aber hey, we can use the drums. Das ist ja witzig. Das Konzept ist geil. Wie gesagt, ich finde es echt nice, wenn man hier auch zusammenspielen. Eigentlich wäre es geil, wenn man auch zusammenspielen könnte. Aber das funktioniert so schon auch wunderbar. Ich brauche wieder, glaube ich, irgendeine Kiste. Ach so, die da drunter, ne? Voll traurig. Ich habe nicht mal eine Frau. Niemand liebt mich. So. Boom. Wohin muss ich jetzt? Kann ich irgendwie noch rumschalten? Seht ihr irgendwas? Oder muss ich die Kiste wieder mitnehmen? Ich glaube, ich muss die Kiste wieder mitnehmen, ne? Dazu muss ich die Kiste aber auch erstmal ein bisschen weiter wegschieben. So. Let's go. Und hoch. And up. And down. And up and down. Ich bin mal gespannt, wie die Welt draußen aussieht, ne? Weil es sah ja schon wirklich aus wie so eine perfekte TV-Show. Und jetzt auf einmal. Nix damit. Bisschen Little Nightmares-Style jetzt. Little Nightmares-Flair. Mhm. Oh Gott, die wollen mich rausrufen. Oh Gott, die wollen mich rausrufen. Wow. Boah. Also wissen die Leute in der... Glaubt ihr, dass die Leute, die diese TV-Show schauen, dass die auch wissen, dass die Leute, die langweilig sind, getötet werden? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Ja, voll schrecklich. Herzbar. Ja, ist ein bisschen wie bei Tribute von Panem, ne? Aber nur, dass halt die Leute nicht wissen, dass sie in dem Sender sind. Ja. Ja. 20,000 jeden Tag. Ich arbeite in der Amerikanischen Arcadia, Mann. Kannst du ein bisschen mehr spezifisch sein? Ja. Caucasian male, fair-haired. Was ist passiert? Was weiß ich? Ich muss es rüberfüchern. Es ist wieder funktioniert. Ah, okay. Kannst du mich bitte eine Hand mit dieser Lichter? Nicht mein Job, danke. Es rüberfüchern. Es rüberfüchern. Es rüberfüchern. Ich glaube, ich weiß, was ich drin muss. Lan, 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 lan. Oh Gott. Oh Gott. Witzig. Mal gucken, wie oft er das jetzt macht. Ich weiß, über was reden die jetzt noch? Das Lichter ist auf meine Nerven. Oh, ich muss da hoch. Loser?" Nichts passiert. Okay. Easy. Aber der sollte mich hier nicht mehr sehen. Wegrennen. Schnell. Raus hier. Ich will sehen, wies draußen aussieht. Ich will in the real world. Oh shit.. Ach krass, Schaufensterpuppen. Ich will hier raus. Ich will nach Hause. Aber wie denn? Volles gutes Spiel, gell? Ja, Limbo und Inside, erinnert mich auch daran. Witzig. Aber warum hilft sie mir? Ich frag mich halt, wer sie ist. Okay, auch voll schrecklich. Oh Gott. Oh Gott. Ah, okay. Alles wird gut. Weg mit den süßen, kleinen, fetten Tauben. Haut ab. Oh Gott. Oh, da ist ja schon was für mich. Ich geh jetzt rein. Oh Gott. Oh. Aber wirklich. Okay, Frau Wex. Wie, wie mein Turtle? Was? Nein, Mann. Kovacs. The Hungarian Scientist and Architects of Tomorrow. Science always finds a way and all that. Oh, süß. Oh, ich hoffe, dass die beiden am Ende zusammenkommen. Ich ship die jetzt schon. Das wäre voll süß. Oh. ist das lustig. Das ist so cool gemacht, dass man immer wieder diese Seiten wechselt. Das ist so nice. Vor allem ist es so... Das liebe ich halt auch, ne? Das ist vom Gameplay so easy. Weil ich so viel älter aussehe. Ja, ich habe Schnurrbart, Leute. Mehr ist es nicht. Geil. Okay. Okay. Okay, jetzt muss ich gucken. Hier kann ich jetzt... So, das heißt, ich muss... Ah, okay. Oh, yes. Oh, Gott. I did it. Okay, ich glaube, hier der Aufzug, den kann ich vergessen. Oh, ich muss jetzt jumpen, ne? Ja, tu einfach. Okay, jetzt muss er jumpen. Oh, Gott, lauf. Oh, shit. The Travel Agents are here. Jump. Now. Ah. Oh, Gott. Okay, stop running. Oh, Gott, Hilfe, hau ab. Wisst ihr, was ich glaube? Dadurch, dass jetzt ich abhau... Stop immediately. ...wird das bestimmt auch ausgestrahlt. Danach lieben mich alle. Oh, Gott, Hilfe. Run. Keep running for God's sake. Ja, ja, alles gut. Oh, Gott, Hilfe. Helftraum. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja, visit Tokyo, visit Paris. Never, ever. Oh, hau. Get over that crane, Trevor, quick. Oh, shit. The crane? Yes, trust me. Oh, Gott. He's going over the crane. Oh, oh, no, 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 no. I'll try to cut him off. Oh, Gott, Hilfe. Oh, Gott, Hilfe. Der Typ ist da immer noch. Shit, ich muss da rüber. Der Typ ist mit raufgekommen. Ich glaube, das ist ein ernstes Problem. Oh, shit. Das war ein bisschen. Oh, shit. Hier hat jemand einen über den Kopf gedreht, ne? Ach, shit, ich muss jetzt schon eindrehen, ne? Jetzt zu spät. Ach, krass. Ich muss dann schon eindrehen, bevor der Typ kommt, ne? Get over that crane, Trevor, quick. The crane? Yes, trust me. Ja, wow, crazy. Oh, shit, was mach ich jetzt? Ach, shit. Ich glaube... Ja, so genau. Lauf, Junge, lauf. Oh, Gott, Hilfe. Oh, ja. Oh, Gott, Hilfe. Oh, Gott, ja, rein in den Pool, Mann. Wuhu! Warte. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ist das geil, das Geil, das Geil, das Geil. Although in hindsight, that jump was nothing compared to what I had to do afterwards. Better already? Dry enough? No, I'm still soaking wet. Kein Jux, ne? Sorry about that, but we don't have much time. Get moving, before the travel agents get down here. Witzig. Und kein Jux, was ich gerade gemacht habe. Ah, hier, ne? Das ist höher, als jeder vorher. Everyone before. Oh, scheiße. Wow. Ist das ein Helikopter nach mir? Das ist nicht sehr günstig. Oh, 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 oh. Ich glaube, am Ende ist es so, dass alle aus der TV-Show, die wir schauen, mitbekommen, weil es doch irgendwie gefilmt wird und dann habe ich die meisten Einschaltsquoten. Wuhu! Ist aber echt noch alles schon so richtig perfekt hier, ne? Die ganze Stadt ist komplett durchdesignt. Ist schon zu sass hier. Sassi. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Die Froggety Frog. Oh, aber schön. Es sieht einfach schön aus. Einfach stylisch. Einfach stylisch. Schön designt. Da möchte man gern leben. Aber nicht, wenn man in der Show ist. Okay, ich muss mich jetzt drücken. Trevor, watch out. Dammit! Hills got out of the Einak-East-Tower. In my signal, I want you to hold ass like there's no tomorrow. Somebody stopped that car alarm. Now, Trevor, run! There he is! Oh, shit. Oh, shit. Lasst mich. Oh, Gott, ist der schnell. Der schneller ist ich, ne? Was soll ich tun? Lauf! Rein da! Ja! Ha! Ha! In your face! Ha! What are you gonna do now, huh? Bye! Yeah! Look at the face of that bestie kid or whatever you call them. Ha! Nadia hat gerade was richtig geiles gesagt. What did I say wrong? Sorry, I just got a bit overexcited. Und zwar, vielleicht ist die Flucht auch inszeniert. Bestimmt. Right into the Cygnus-Lobby. Grand Hotel Cygnus? What for? There's a badge, I need you to retrieve there. A badge? Das ist voll der gute Punkt, Nadia. Die Flucht ist vielleicht auch inszeniert. Das wäre crazy. Your holidays in Arcadia are about to begin. Soon you'll be transported to the stunning city of tomorrow. But before you have dinner at the top of the Spire restaurant, enjoy the best disco music in the Limelight Club. Or discover the magic of Cometland. There's something else you need to know. Introducing Access Badge. An amazing electronic device that will allow you to make the most of your Arcadia vacations. Carefully designed to look like a real 1970s prop, your Access Badge will be scanned at the checkpoint terminal on your entry day. And that's it! You don't even need to check in at the front desk. Just use your Access Badge to get into your hotel room and start having fun. Even our auto-droid operated room service will be entirely at your disposal thanks to your Access Badge. And remember, if you're using the Insta-Delivery service, your bags will be waiting in your room just a few seconds after you open the door. Please carry your Access Badge with you at all times during your Arcadia visit until the day you leave at your assigned departure checkpoint. Now you are ready to experience the City of Tomorrow as Elijah Walton himself envisioned it. Remember, enjoy your stay in Arcadia and... Das ist schon echt crazy, wenn du überlegst, wenn du das wirklich machen würdest, eine Stadt aufzubauen, wo Menschen auf die Welt kommen, die nicht wissen. Die nicht wissen, dass sie in so einer Show leben und du beobachtest sie einfach nur. Wow, look at this place. Voll schön. This is majestic. Und da war ich noch nie. It's not called the Grand Hotel for nothing. Und hier war ich noch nie. But we didn't choose it for the luxury. The sickness is the only hotel in Arcadia with the monorail station built inside. Voll schön. Das hat schon alles auch vom Game Design richtig geil gemacht. So, what's the plan now? Oh, yes. To get you out like any other Arcadia tourist, you'll need one of those badges I told you about. Mhm. Didn't you just say that all tourist areas are restricted unless you wear the badge? How am I going to get into your suite then? We'll have to slip you through the service zones and then get you to the room floors. Oh, I see. Makes sense. Ich seh's erst jetzt. Grand Hotel Cygnus. Oh mein Gott. Das ist unser Hotel, Leute. Let's go. Wir checken ein, Mann. Wie witzig. Ja, aber wie gesagt, ich find den Punkt echt krass. Also, guter, guter Punkt hier, wie gesagt, dass, ähm, das eventuell, dass ich der Hauptcharakter bin und grad mir alle zuschauen, wie ich versuch zu entkommen, weil sie so ein bisschen Tribute von Panem jetzt draus machen. Und sie ist Teil der Show, weißt? Beyond this point where your access badge. Guess it's not even worth trying, is it? Ah, forget it. That door won't open. Just keep going until you find a storage door. I'll open it for you. Das wird mich interessieren. Ob das wirklich so ist. Ich hoffe. Voll nice. Ey, das geht nicht geil. Okay, girl, let's go. Okay. Okay. Okay, das geht nicht weiter. Ah. Okay. Können wir das nochmal ganz nach rechts machen? Können wir das nach... Ah. Oh. Kann da rein. Oh. Aha. Oh. Achso. So, voila. Geil. Coole Rätsel. Kovacs, ich war gefragt. Wird es nicht leichter gewesen, wenn du einfach Arcadia wie ein normaler Touristin entstanden und mir einfach den Badge handelt hast? Keine Möglichkeit. Ich muss hier sein, um die Geräte zu helfen. Okay, ja. Das ist ein valid Punkt. Krass, diese ganzen hinter den Kulissen hier wieder. Guck mal, das ist jetzt das Hotel und jetzt wieder wie so eine Art, ja, guck mal, wieder so hinter den Kulissen TV-Show-mäßiges. Das ist ja irre. Aber wie gesagt, ich finde die Idee gar nicht so absurd, ne? Also viele Filme und viele Spiele und Konzepte, wie zum Beispiel Her, sagen uns das voraus, was ja heutzutage auch passiert, ne? Kann ich da rüber schaffen? Schaffe ich das? Ja. Klar, Mann. Ich bin ja ein Gangster. Guck at this. Und das muss ich jetzt wohin schieben? Ach so, kann ich da drauf jumpen und dann rüberspringen? Ernsthaft? Oh, nein, kann ich nicht. Oh, ich bin hoch. Shit happens, Leute. Shit happens. So, nochmal. Das war ja peinlich. Hat ja keiner gesehen. Ho, 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 ho. Wer weiß. Stell dir mal vor, die haben dich gefilmt beim Kacken, beim Intimsein, beim Snoo-Snoo mit Menschen. Das ist ja furchtbar, was die alle... Stell dir mal vor, die würde jetzt jemand sagen, dein ganzes Leben wurde gefilmt. Ich würde nie wieder rausgehen. Das wär's. Okay, muss ich das vielleicht irgendwie schieben? Habt ihr eine Idee, was ich hier tun muss? Ach, ich muss da hoch, ne? Und dann rüberspringen. Hm, aha, oh, aha. Oh, aha, ii, au, meine Füße. Dann muss ich das hier rüberschieben. Komm schon, Brahma. So. Complete of topic. Ähm, aber kommen jetzt regelmäßig Squid Game Watch Partys leider nicht. Ich durfte nur eine Folge streamen mit euch, aber ich werd's, ich guck's grad weiter. Ich hab jetzt bis Folge 5 geschaut und warte jetzt, bis die nächsten Staffeln rauskommen. Ja, oder beim Nasepopeln oder was man halt einfach alles so macht. Es gibt ja Dinge, die macht jeder Mensch, die aber jeder verneint. Und dann sehen Leute hier zu, wie du das machst. Also das ist ja absolut schrecklich. Es ist so cool, es ist so nice. Ich liebe das Game. Wirklich. Ähm, Kovacs? Ja? Du sagst immer, wir machen das, wir planen das. Ich würde sagen, wir arbeiten mit jemandem, oder? Ja. Ich bin ein Mitglied von einem... ...Aktivist-Grupp, so zu sprechen. Es heißt Breakout. Es ist Founders... ...Wel, wir sagen, wir sagen, du bist nicht die erste Person, die versucht, zu wegzunehmen. Also, es ist ein Mal. Das war die Arcadia-Six-Breakout. Obwohl das Event immer immer kategorisch verabschiedet wurde von Walton Media, in Januar 1992, sechs Arcadia-Borne-Citizens haben die Verabschiedung über die Verabschiedung geschehen, und haben die Verabschiedung von der Stadt geschafft. Shortly später, Walton Media war die Begründung der Begründung von vielen Begründungen, die in die Kompäne finanziert wurden, und die Verabschiedung der Debatte über die Ethik-Treatment von Arcadia-Borne-Citizen. A group named Breakout released a statement taking responsibility for the actions. Its leader, known only by his alias, Number Six, claimed to be one of the escapees in the 1992 incident. We will never cease in our struggle against Walton Media until the company listens and all Arcadian prisoners are released. And if our words are not enough to make them listen, maybe our actions will be. A struggle that today, almost 30 years after the Arcadia-6-Breakout, still continues. Okay, also wir sind quasi auch, ich bin jetzt dort geboren, ich weiß gar nicht, dass es eine andere Welt gibt, so gesehen. Und die, die damals entkommen sind, haben eine Gruppe gegründet und wollen jetzt quasi den Leuten, die dort gefangen sind, die es nicht mal wissen, helfen. Deswegen macht es auch irgendwie Sinn, dass es eine Walton Media heißt. Was heißt denn Walton Media? Oder Walton, Walton Media? Boah, es ist ein Riesenkomplex. Das ist cool, ey, das ist ein geiles Game. Es kommen so viele coole Games raus, die dann nicht... Ah, eine Kritik an Disney. Und warum an Disney? Oh Gott, okay. Oh nein. Nein! Ah! Verdammt! Disney hat damals auch total geprägt. Ich habe es geliebt, aber seit drei Jahren denke ich ein bisschen anders über Disney. Aber warum meint ihr, ist das hier eine Verbindung zu Disney? Der Beginn des Spiels erinnert mich an eine Szene aus einem Walt Disney-Dokumentation, als seiner ersten Entwurf in Disneyland vorgestellt wurde. Das Modell war auch unter einer Kuppel geschlossen. Oh, das ist mal hier also. Die kleinen Gourmets. Ah, yes, okay. So, jetzt komme ich da hoch. Jetzt muss ich aber gucken, dass ich den Flügel hier hochkriege. Und dann eigentlich hier hochjumpe. Okay, so. Und dann muss ich jetzt nochmal den Flügel hochkriegen. Jetzt mache ich wieder das hoch. Und jump dann hier rüber. Wie es keinen juckt, dass ich hier eigentlich oben am Start bin. Hä, wie soll denn das jetzt gehen? Ach so, da unten, ne? Kann ich doch jetzt eigentlich einfach runterrutschen. Juhu. Ah, oh Gott, ich dachte gerade, ich fahre runter. Oh, sorry. Ich bin immer so laut am Schreien. Das ist so ein Scandal. Okay, da muss ich jetzt wahrscheinlich den hochpacken, während ich so hochkriege. Ich liebe das Spiel. Du weißt, was, Kovacs? Ich war nur noch über diesen Tag, als ich in 5. Klasse war. Genau bevor die Bälle rang, Scott Horvitz, der offizielle Klass-Bulli, hat mich aufgenommen. Ich habe noch nicht mehr kregen, aber die Lehrer hat uns beide aufs Setzen gebracht. Und deswegen habe ich den Weg in Cometland, den ich für jeden Jahr erwartet habe. Well, that miserable day is now a touching memory to cherish, compared with today. I'm sorry, Trevor, honestly, but it's the only way. Vor allem, was ich halt cool finde, das ist jetzt ein Spiel, das kam raus und man hat es gar nicht auf dem Schirm, aber es ist so gut. Wisst ihr, was ich meine? Manchmal muss man echt die Augen aufhalten. There is a laundry cart ahead. Get inside and make sure you can't be seen. Okay. An auto droid will bring it to the broom floors shortly. Piece of cake. Piece of cake. Okay, muss ich hier rein. Hey, at least this is clean laundry. That's something. How long am I supposed to wait in here, Kovacs? I don't know. My suite is in the 9th floor, so... The 9th floor? Shh, pipe down. The auto droid is coming. Listen, when you get into my room, you'll find a suitcase that... Well, you don't need any further description. Let's just say that my suitcase really stands out. ...is eher auffällig. Okay. Das ist ja so witzig. Vor drei Tagen. Oh nein. Will ich jetzt sterben? May I scan your Arcadia E-Ticket, please? Ah, das ist der Koffer von dir. Sure, here you go. Just give me a second while I find your booking. Aber wieso komme ich hier? Oh, here it is. Four nights in a deluxe suite at the Grand Hotel Cygnus for Sylvia Lauren. Is that correct? Yes, that is correct. Your deluxe suite includes the Insta-delivery service for your vacation at no additional cost. So your bags will be in your room in just a few seconds. Guys. Oh, wow. That's convenient. Remember that you give your permission to open, search, check and scan your luggage in case you've forgotten any modern technological devices inside it. Of course. But don't worry, there's nothing inside. I've been really careful. Great. Just a few more things. Before your entry day, you must take the Elijah Walton's Dream of Tomorrow ride down this hallway to the left. Oh, God. Was is denn this? You don't have to wait in line. Speedway access is included with your deluxe booking. And finally, remember, on your entry day, don't wear any modern clothing, piercings, dyed hair or any other fashionable items that might be considered anachronistic for the people of Arcadia. We love your look, but we can't let you break the fourth wall. Niemals die vierte Wand. Will do. Thank you so much. Aber warum... Thank you and enjoy your holidays in Arcadia. Warum darf ich von jemand aus der Außenwelt hier rein? Two more seconds of corporate curtsy and I would have puked rainbows. Next part of the plan. Gotta get this stupid thing inside my suitcase, so Trevor can wear it. Okay, aber krass, sie weiß jetzt schon, also es ist ja drei Tage bevor Trevor exekutiert wird im Prinzip, sie hat jetzt schon den Button von ihm und sagt jetzt schon im Prinzip, dass er den bekommt, weil sie weiß, dass ihm das alles passiert und wieso kommt sie eigentlich als außenstehende Person da rein? Also, dass es möglich ist, wundert mich, dass die jetzt in diese TV-Show im Prinzip reinkommt. Genau, also. Die Frage ist ja, warum kann ich als Tourist hier rein? Weil es könnte ja sein, dass ich den Leuten in dieser Stadt erzähle, dass das alles nur eine Show ist. Und dafür gibt es bestimmt die Fensterpuppen, weil das eine Gegend ist, in der echte Menschen gar nicht rein dürfen, oder? Höchstwahrscheinlich. Hier sieht man alles. Guck mal da, die chatten ja alle, ihr Perversen. Da, das ist wie ein V-Twitch. V-Twitch, ist das pervers? Ist das pervers? Die App. Do not break the fourth wall, also nicht die vierte Ding, oder das sind die Stars, also. Ist lustig, ey. Eigentlich ist es nicht lustig, aber es ist crazy. Okay. Gut, dann gehen wir mal zu diesen... Das ist echt ein bisschen wie Stanley Parable, finde ich. Ich habe nie das Ding gefahren, aber according zu meiner Forschung, der Zugang zu der Luggage-Scanning-Area ist da drin. Hm. Giftjob. Ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen an Pfeifen, als at Freddy's gerade. Ach, guck mal, da muss ich mich jetzt anstellen. Ah, nice. Ja, die haben alle keine Nase. Die können den Braten ja nicht riechen. Ha, 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 ha. Der Giftjob, aber wie komme ich denn in den Speed rein? Muss ich da nicht mit ihm irgendwie reden? Ah, hier, ne? Kiep. Okay. Let's go. Geil, ich kann mich einfach vordrängeln. Die Leute liebe ich ja. So, rein in den Fiebertraum. Leute. Welcome to a new home. Embark on a journey to discover how the greatest creative genius of the 20th century envisioned and built Arcadia. For your safety, please remain seated with your hands, arms, feet, and legs inside the vehicle and supervise your children. Elijah Walton was born in 1900 in a small rural community of Minnesota. Influenced by his favorite author, Jules Verne, young Elijah dreamed of being a novelist or a scientist, but he ended up working in the film industry instead. After working as a scriptwriter in Hollywood in the 30s, Elijah and his brother Donald founded their own company. Walton Pictures. Walton Pictures wegen Walton Pictures. Together they produced many successful box office hits, some of which are now considered timeless classics. Walt Disney. Oder was wollen die damit sagen? But Elijah Walton wanted to reach a broader audience beyond the movie theater. And his wishes were ultimately fulfilled when television arrived in all the living rooms in America. Science always finds a way. And what a way that was. Broadcast in Visiorama, the innovative 3D audio and video system, Architects of Tomorrow became a must-see show every Saturday night in the 1950s. The show was famous for its unique songs, its combination of live action and animation, and the closing goodbye message from Elijah Walton in his prototype electric car, known as the Waltonmobile. So, I'll see you later. I'll see you later. After a decade of unprecedented success, Walton Pictures, now known as Walton Media, decided to undertake its most ambitious project, the acquisition of a huge piece of land in the Midwest to build the city of tomorrow. A city named Arcadia. Crazy. Along with Walton's right-hand man and architects of tomorrow host, Arpad Kovacs, the first prototype of the Arcadia project began construction. This small prototype community is known today as classic Arcadia or old Arcadia. Perverse. Perverse. Walton dies. Sadly, a heart failure deprived Elijah Walton of seeing his magnum opus finished. On June 3rd, 1963, the world of entertainment mourned the loss of the most creative and talented mind of the 20th century. Oh, what about when Kovacs was kicked to the curb? Hmm? Don't you have an animatronic for that? Overcoming his grief for the loss of his brother, Donald Walton took the reins of the company. Under his guidance, Project Arcadia was finished on schedule. American Arcadia's premiere is still the second most watched event in American television history, just after the Apollo 11th moon landing. And the first Arcadia residents didn't even know their private lives were being sold and broadcasted. Hmm. Voll schrecklich, echt. The success of the show attracted so many new residents to the city, that old Arcadia soon became too small. It was evident, that a larger, broader and more modern city was needed. And thanks to the cooperation between Walton Media and Senator Milton Burbank, the Burbank Act was approved, so Arcadia grew and expanded to the size that Elijah Walton had always envisioned. Okay. Okay, das heißt, es sind schon Leute auch von außen hin gezogen. Okay, das heißt, es sind schon Leute auch von außen hin gezogen. Okay. It's the most watched media phenomenon on the planet. Mmm. But it's in negative growth now, Vivian dear. Now that you know the story, you're ready to begin your journey. Soon you'll be accessing your entry checkpoint to Arcadia. As we speak, your luggage is being carried straight to your hotel room. There it is, my suitcase. Nice. I'll have to get into that room. Okay. My grandfather Elijah Walton had a dream, to build the city of tomorrow. A dream that my great uncle Don continued. Now it's up to me, Vivian Walton, to keep that dream alive. But this dream wouldn't be a reality, if it weren't for you. Because you truly are my grandfather's dream. You are Arcadia. You truly are my grandfather's dream. Shut your piehole, you stupid bitch. Ja, deswegen ist sie die Moderatorin. Ja, krass. Aber das heißt, dass also damals, als es gegründet worden sind, ganz viele Leute dort leben wollten, wussten aber nicht, dass sie dort eingesperrt sind. Dann haben die sich natürlich vermehrt. Und die Kinder, die dort auf die Welt kommen, wissen gar nicht, dass sie in einer TV-Show sind. Stell dir das mal vor, wie furchtbar das sein muss, wenn du einfach heimlich gefilmt wirst. Und das alles nicht wusstest. Das muss ja schrecklich sein. Ah, guck mal, hier tun die Schauspieler. A red light indicates an animatronic malfunction. Use your key to activate the manual override. Select the ride section where the problem is. Enter the animatronic number from the selected section. A red light in every section will immediately stop the ride. Ja, krass, dass die, äh... If the ride stops, the ride doors will open. Ah, an attraction always loses a bit of its charm, when you see how it works from inside. Und hier dürfen sich Leute bewerben, oder wie? Das ist ja sick. Ich muss mal klarkommen auf mein Leben, ich glaub ich kann da auch hoch, ne? Oh, what is this? Okay, ich muss das irgendwie einstellen, ne? Dass das so läuft, wie ich's am Ende will. Äh... 6, 7, 1, 1. Ja. So, 6, 7, 1, 1. Den kann ich dann auch schon mal ausmachen. Wahrscheinlich ist der Nächste auch irgendwo hier dann. So, 6, 7, 1, 1. Das heißt... Der hier war das doch. So, aus. Jetzt brauchen wir noch die S3. Das ist ja schon mal 18. Aber welche Nummer ist halt da vorne, ne? Kann ich den von hier vielleicht irgendwo sehen? Nee. Ist der vielleicht hier irgendwo drin? Seht ihr den hier irgendwo? Auch die Nummer von dem. Hm. Aber hier ist der nicht drin. Das war die Nummer. Wo finde ich die? Vielleicht hier? Hier bin ich hergekommen. Aber vielleicht kann ich von hier aus... ...den sehen. Sieht nicht so aus. Im Mülleimer, glaubst du? Gucken noch mal. Es muss ja irgendwo... Oder vielleicht draußen. 9, 5, 1, 8. 9, 5, 1, 8. Woher? Keine Ahnung. Okay. Nehm ich. Danke. Sehr lieb. So. So. 9, 5, 1, 8. Danke. Okay. I managed to sabotage the ride. Good. It wasn't worth the wait anyway. So. Und jetzt komme ich da wie raus? Geht nicht mehr auf. Ah, hier geht's dann lang, nice. Alles. Let's go. Sind alle weg? Als ob das dann niemanden mehr juckt. Hier wird doch alles beobachtet. Dann würden die mich doch nicht einfach hier lang spazieren lassen, oder? Ja, ist wirklich so. Jetzt einen Snackladen, einen Snackshot. Ist einfach nichts mehr. Wehe, um sich hinzuhocken. Okay. 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 Immer diese Dosen hier. Blitzcon. Hm. Interessant. So. Einmal bitte aufboxen. Dankeschön. Hup. Weg damit. Sehr schön. Cooles Tattoo. Hier. Blitzcola. Taste the moment. Hm. Hm. Überall. Überall xoffen. Luggage room. Let's go. Hm. My luggage info might be on my Arcadia E-Ticket. Better check my phone. Mhm. Ankunft. Elf Uhr. 45. Elf Uhr. Wagen. Sitz. Ah, genau. Also Wagen. Zehn. Und Sitz. Ah. 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 Ah a 3. Hier a a a 3. Wo's drei. Ah a. Ich muss a a 3. Ein Stück. Wo ist denn mein Luggage? Das ist der Wagen. Wagen 10. Ist hier überhaupt die Nummer 10? Oh Gott. Wagen 10. 100. Wahrscheinlich ist es dann 10.22, oder? Kann das sein? Ein Stück. Wo... Also ich, äh, hier. Wahrscheinlich hier, ne? AA2. Wieder verboten. AA3. AA2. Wo ist AA3? Wie kompliziert willst du es machen? Spiel ja. Wahrscheinlich ist hier dann AA3. Ja. So, es ist AA3. Und dann haben wir einmal Wagen 10. Und 22. Haben wir aber nicht. Wir haben nur 10,30. Ist es da nicht irgendwo hier irgendwo? 10. 9. Andere Seite, sagt ihr? Aber hier ist doch die A33. Da, AA3. 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 Oder es ist 11.45 Uhr. Kann das sein? Das ist die Uhrzeit, ne? Das ist das... Das ist nicht meins. Wrong locker. Dann ist es A. Also das ist schon mal korrekt hier. Aber ich weiß jetzt nicht, welcher das ist. Also der Block müsste es sein. Das ist 11.45 Uhr. Aber welche Nummer? Fällt ja gar nicht auf, ne? Fällt ja gar nicht auf. Das ist nicht in hier. Nope. Wrong locker. Let's go. Geil. Danke, Lightning. Danke, Lightning. Und so kam er... So kam er quasi dran. Hier we are. Trevor, can you hear me? Huh? The coast is clear. Out of there. Now. Jeez, that took a long time. I almost fell asleep inside that cart. You need to get into the luxury suite at the end of this hallway so you can grab the badge. And make sure no one sees you without it. No, you're just a baby that I used to know. Ne, ne, es war aus... Es war ja an und ausgeschalten. Es war schon ein Bug, weil der ist da nicht mehr reingegangen. Und dann ist ja das Licht angegangen. Das heißt, es war ein Fehler vom Spiel. Hey, there's an Autodroid in here. Yeah, it's preparing the room. Just ignore it. I need to turn the Insta-Delivery device on. Schnauze jetzt. Oh no, I'm trapped. That was a great idea, Trevor. That's what I call teamwork. Yeah, although I kind of feel guilty about that poor droid. Shouldn't the luggage be here already? No, no, no. You didn't use the badge to access your room, so technically you're not inside the room yet. And that's why I need to manually redirect my suitcase through the Insta-Delivery card. It's okay, Kovacs. I don't need to know every detail. It's just that this plan is getting a little confusing. Just leave it to me. Okay, give me a second. Okay, der Koffer ist noch nicht da. Oh, Gott. Where are you? You tech... This changes the direction. This is to open and close that hatch. Oh, Gott. Ah, there it is. I have to reroute the conveyor belt to get it to the suite. Let's see. Oh, Gott. Okay. Let me take a looky, looky, looky. Okay, also es müsste jetzt eigentlich hier ankommen. Yes. Und dann muss ich das auf jeden Fall so lang machen. Yes. Das ist auch korrekt. Genau, dann muss ich jetzt das so machen. Dann geht er da hin. So, und dann bleibt er hier stecken. Okay, shit. Okay, jetzt muss ich ja mal ganz kurz gucken, wo geht denn der lang? Da sind doch die Koffer. Oh, je, je, je. Das ist doch da hinten, oder? Muss ich wissen, wo ich einen lang packe. Ich glaube, das ist hier B. Ja, dann muss der jetzt da lang. Und dann muss ich jetzt eigentlich die Direction ändern. Ah, dann kommt er hier bei D raus. So, warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Gute Rooms. So, jetzt muss der... Jetzt muss der... Oh, Gott, jetzt muss ich noch kurz meine Logik einsetzen. Also, der ist jetzt hier. Und der muss jetzt da lang. Das heißt, der muss da lang. Ich muss jetzt einfach nur die Direction ändern eigentlich, oder? Die Direction ändern. Weil der jetzt da hoch muss, oder? Kommt der jetzt da hoch? Weil der muss ja da hoch jetzt. Wenn jetzt in D reingeht... Wo kommt der raus? Nicht aus E. Ich will ja, dass er aus E rausgeht, aber B, E. Oder muss ich die Direction woanders ändern? Geht das irgendwo hier? Ah, hier geht die ja auch, ne? Jetzt. Ah. Okay, und dann möchte ich ja, dass der da rüber geht. Aber wie mache ich denn das? Weil der geht ja niemals da rüber. Was ist, wenn ich das hier ändere? Das ist jetzt auch nichts. Ich glaube, dass es schon so sein muss. So, und dann geht der zu E. Und dann ist der wo? Mein Koffer ist weg! Ah, hier. Ah, der fährt jetzt hier die ganze Zeit lang. Oh Gott, ich glaube, ich verstehe, was ich machen muss. Okay. Oh Gott! Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Yay! Yeet! Gute Rums! My Bra! Oh! Hallo! Danke, Likey! Okay, ich habe den Badge. Endlich! Der aggravating Hunk of Metal war ein echtes Schmerz in den Arsch! Du meinst, den Badge oder den Droid? Okay, sehr geil. So, jetzt kann der nichts mehr sagen. Jetzt sagt er nichts mehr, ich habe Spetsch. Geil. Das ist gruselig, diese Stimme. Da würde ich mich aber nicht komfy fühlen irgendwie. Okay, whatever. Ja. Miss Lauren. Sei zusammen mit jemand anderem, wie unangenehm ich auf den Boden schaue. Hallo! Hallo! Oh, hey, du in Group 6, pal? A PA called Group 6 to the bus stop just a few minutes ago. Oh, really? Uh, thank you so much. You're welcome. Oh, and by the way, I have to say, your look is amazing, man. Straight from the good old 70s. Ah, ha, ha, ha. Thank you. Guys. Good old 70s! Trevor, shut your mouth! What year are we in? Oh, das ist ein guter. We're in 2023. We're in the future? Lower your voice, dammit! It's Arcadia that's in the past. It's always been... I'll explain it to you later. Ach, wir leben wie in den... Ach, deswegen war auch der Fernseher so 70er-mäßig, aber es ist trotzdem Future und Past irgendwie gemischt. Oh, danke. Wenn ihr mit rennen macht, was ich Lust hast. Ich muss gehen. Sonst fällt es sofort auf. Ich bin hier so hysterisch. Group 6, please. Come to the backyard bus stop. Okay. Group 6. Group 6. Please come to the backyard bus stop. Ja, ja, wir sind da. Boah, können wir jetzt raus? Yes. Voll schön sieht das aber aus, ne? Ist schon echt richtig clean, schön, designt, alles extra nur für... Legt doch keinen Müll, keine Kaugummis auf den Straßen geklebt. Oh nein, wir haben die Platten. Shit. Shit, und jetzt sind... Oh Gott. Oh oh. Oh Gott, sie haben noch befragt, Hilfe. Oh Gott, shit. Nein. Oh Gott, was muss ich jetzt tun? Oh, da sind die. Oh oh. Hallo. Mein Name ist Markus Divert, Arcadia's Chief of Security. Boah, da hätte ich jetzt aber Schiss, ey. Mein Job? Zu sicher, dass niemand von Arcadia weggeht. Okay. Meine Beziehung? Was ich auch für notwendig finde. Meine Aptitudes, Hand-to-Hand-in-Armed-Kombat, High-Speed-Pursuit, Open-Field-Mannhunt und Detektion, wenn jemand mit mir leistet. Okay. Wenn Sie mich entschuldigen, habe ich ein paar Fragen zu fragen. Natürlich, ja, kein Problem. Wer mit? Wer mit? Frau Solano. Ist Ihr Name genannt Angela oder Anhala? Beide sind gut. Aber die meisten nennen mich Angela. Oh Gott. Ihr Name ist Angela? Wie ich mitrede, ist so geil. Kann ich fragen, warum Sie... I'm afraid that information is classified. All I can say is we're facing an extremely exceptional situation. An exceptional situation's call for exceptional measures. Right now I'm gathering information from all Walton stage technicians. So is this like an interrogation or... Think of it more as a loyalty test. Okay. I'll read you the questions out loud. Please select whichever answer best represents your views. Was schön mit den Schwänen da hinten. I'll display the possible answers for you on the monitor to your right. I'm loading the app now. Hold on a second. Okay. Oh shit. Oh my god. Was wollen die jetzt von mir? According to you. Which one of the following is or has been the most influential figure in Arcadia? Oh shit. Oh shit. Send the drone. According... Oh my god. What's going on? Oh god. Schrecklich. Oh my god. According to you. Which one of the following is or has been the most influential figure in Arcadia? Send the drone to capture subject now. Shit. Schon wieder. Oh, das ist voll hart, ey. Oh no. Trevor! You better have an explanation for this. Okay, okay, okay. Oh god. Ich muss... Okay, easy. According to you. Which one of the following is or has been the most influential figure in Arcadia? Uh, yeah, oder? Elijah Walton? A revealing answer. I'll make note of that. Revealing? What do you mean by that? Loading the next question. Please stay silent. Oh god. Let me write that down, Miss Alana. Hilfe, 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 Hilfe. Ich kann das nicht. Which one of the following images best describes your five years, eight months and seven days of work at Walton Media. Bitte was? Scheiße, er wurde schon wieder gesehen. Oh nein! Oh, das ist so geil. Okay, nochmal. According to you. Which one of the following is or has been the most influential figure in Arcadia? Okay, okay. Konzentration. Elijah Walton? A revealing answer. I'll make note of that. I'll make note of that. Loading the next question. Okay, okay. Please stay silent. I'm registering your answer. Which one of the following images best describes your five years, eight months and seven days of work at Walton Media. Welche der folgenden Bilder? Auf jeden Fall das. The party bullet. Interesting. Let's foresee. The next question. Mhm. Das ist wie so ein dummer Test, wenn du so ein dummer Test, wenn du so einfliegst und dann haben sie einen Anschlag geplant. Äh, nein. Okay, Bro, stress mich nicht. Oh Gott, das war krass. What does the initiative known as Breakout mean to you? Breakout? Oh, Breakout ist das hier. Das ist ganz böse. They are a dangerous activist group that threatens Walton Media's Interests. Are you sure you want to answer that? You can change your answer if you like. Nein. No. No, I want to keep my answer. Oh Gott, ich komme nicht weiter. Ah, jetzt. Oh Gott, Hilfe. Belastend. Refrain from selecting the image that does not match your personal preferences or liking. W-what? Äh, was soll ich machen? Was hat er gesagt? Was ich nicht mag. The Molotov-Cocktail? I don't think you understood what I was asking you. But let's go on. Ich glaube auch. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich hier tue. Oh Gott, Hilfe. Es hört nicht auf. Oh Gott, Kollege. Die machen mich ganz wischig. Oh Gott, Hilfe. Hilfe. Please indicate which one of the following patterns you consider the easiest to recognize. Auf jeden Fall das hier. The yellow and orange comet pattern? Okay. Oh, just one thing before the final question. If you lied to me with any of your answers, I will know. A subject 10392 clear text. Does Trevor Hills mean anything to you? Yes, he is in my assigned citizens grid. You remember the name of a single citizen of the 712 that you have been assigned? Interesting. That's because I have a good memory and... Oh Gott, Hilfe. Ah! Oh Gott, Hilfe. Alles gut. Hey, is everybody ready? Did you get some really good pigs? Oh Gott, shit. Okay, folks. We're gonna regroup here for a second and wait for everyone to get back. That's it. We're finished. Oh Gott, das ist aber echt... Oh Gott, Stress. And I will be watching you, Miss Solano. Ich bitte darum, du harter Typ. Bitte in der Stimme. 11, 12, 13... 13? Pff, whatever. As long as you have a badge with the right number, the more the merrier. We are leaving now. Into the bus, please. Ja! Oh! Okay, I'm back, Trevor. So, is everything alright? Ja. Yeah, yeah, for sure. What was that all about? Well, they suspect me now. I'm not sure if he busted me, but... I don't know. We better haul ass, man. Yeah, yeah. So, I guess it's... Angela? Yeah, it is. Angela Solano. The truth is, I really outdid myself. When concealing my identity. But, once Trevor had heard my real voice and my real name, what sense did it make to keep using an alias? Okay, Group 6, please go ahead and get into the bus. Ich bin so gespannt, von wem wir da befragt werden, ob das danach von der Show selber ist, weil sie uns beide mit reingezogen haben, oder wer uns da befragt. Good morning, everyone. Thanks for coming. Welcome to the Arcadia Central Station Checkpoint. As you know, after so many years of requests, Arcadia, the city of tomorrow, is finally opening to the regular public. This entrance behind me is not only the first of many access points for all our visitors, it is a gate to Utopia. Either by visiting its iconic landmarks, or strolling through its magnificent avenues and parks, every visitor will now be a part of American Arcadia. And our brand new security measures will guarantee the well-being of our visitors and that of all the Arcadian-born citizens. We're making sure that they can safely enjoy the posthumous work of my brother, Elijah Walton. And we're hoping they take in all that this wonderful city suspended in time has to offer. Thank you. Uh, any questions? Yes. Mr. Walton, is it true that these new security measures are related to the incident known as the Arcadia 6 breakout? Um, I, uh, I won't be addressing any, uh, questions related to unfounded rumors. So, uh, but I will be crystal clear about this. Nobody in his right mind would want to leave a city like Arcadia. You know what? The press conference is over. Thank you. Oh, God. It's so sweet. We are finally here. This is the Arcadia Central Station. Uh, my name is Rita, and I was your tour guide today. Please have a safe trip home. We all hope to see you again really soon in Arcadia. And remember, a positive review on your My Arcadia Checkout form is really helpful to me. Oh, is she neat. Oh, God. We are still not out. Oh, finally. You're gonna make it. Yeah, looks like it. I'm a bit scared, to be honest. What am I gonna find out there, Angela? Oh, well, uh, the world outside is not that different. Just more modern and uglier. Yeah. Much of the technology you already know from here also exists out there. You know, shared cars, cleaning bots, flying drones. We have all those. We also have something like Aidanet, but with no restricted content, of course. What else? Um, we waste our lives looking at screens, but that's not too different from you guys, is it? Holy cow. If they weren't planning to kill me, I'm not sure if there is even a reason to get out of here, the way you put it. Remember to wear your access badge at all times. There is one really good reason to get out. You've lived all your life inside a gilded cage. And for the first time, you're gonna be completely free. Yeah. 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 That is a valid point. Definitely. Arcadia center station. Everything was going fairly well, all things considered. I thought I was really close to getting out, but of course, I didn't know about the jingle back then. What's that jingle? Where's the jingle? You look all nice. Except for when you just like a sound. Do you hear that noise, by the way? It sounds like an air raid siren in the distance or something. It's really annoying. Huh, no. I don't hear anything. Thank you for visiting our media. It's pretty loud. Don't pay any attention to it, Trevor. Just get through the checkpoint and leave. Okay. Irgendwas passiert ist noch. Please remember that you are required to wear your access badge to exit the door. Through the checkpoint. Oh. Thank you for visiting Arcadia. Das Spiel ist so spannend und einfach nur richtig cool. Solche Spiele könntest du öfter spielen. Ja, das Problem ist... Jesus, das Sound ist unbearable. Keep going, Trevor. We're really close. You'll be in a train outside Arcadia in a few steps. Das Problem ist, dass man halt solche Spiele oft auch einfach nicht kriegt. Also, mal auf sowas zu kommen ist nicht so easy. Oh nein, was ist los mit mir? Oh nein. Uh oh. It was a nightmare. Take the worst headache and the worst dizziness you've ever had. Smash them together. Multiply them by 10 and you still wouldn't come close. Then the security guy says to me... Next please. Oh nein. But I couldn't move. And if that wasn't enough, Angela says to me in the earpiece. Trevor, Trevor, come on. Move. I can't take a step. I just can't. Oh. Are you feeling all right, sir? Getschippt, ne? I just need a... Security, please. Come immediately. We might have a breach at Gate B in lane 15. Oh nein. And then I see a six-foot-tall guy with a menacing look. Come up to me and say... Subject 10-392, clear text Trevor Hills. You are violating the Burbank Act. Title 2, Section 11. Unauthorized exit attempt from an enclosed or restricted area. No, 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 no. No, Trevor, get the hell out of there now. There's no use. I can't. Oh, God. Listen, if you can't move forward, then go back. But you gotta move now. Er labert einfach die ganze Zeit. Oh, Trevor, come on. 10-392, stay right where you are. Subject 10-392 is attempting escape. Initiate Interception Protocol. Interceptors, get the subject, now! Er labert einfach so 10 Stunden. Until then, Interceptors were an urban legend. A high-tech security force in Arcadia with a really cool sci-fi codename. It all started with the infamous leaked Arcadia 6 picture, you know? That one that Walton Media has always denied to be true. The guy in the back was believed to be an Interceptor. Most people just refer to him as the Tackleberry. Because he looked like that guy from the Police Academy movies. You know, helmet, sunglasses, leather jacket and all that. Anyway, I had worked in Walton Media for eight years and I never saw or heard a thing about those guys. As I said, it was just an urban legend. Until now. Because the Interceptors were real. And they really looked like Tackleberry. Oh, God, shit. And they were chasing Trevor, who now had to run a 100-meter dash while feeling like complete shit. Scheiße. Oh, Gott, sind so schnell. Oh, Gott. Angela, Angela. What? I'm feeling better. Yeah, yeah. Ach, guck mal, umso weit ich vom Exit komme, umso besser geht's mir. Oh, mein Gott. Oh, nein, ich bin so arm. Oh, Gott, Hilfe. Ich bin so arm. Oh, Gott. Lasst mich. Guck mal, kaum gehe ich weg vom Exit. Am Exit geht's mir gut. Ich hab ohne Brunnschiff drin. Why do these guys keep calling me? A 10-3. It's a 10-3 something. Oh, ich bin ein Roboter. Oh, mein, what? This is no time for questions, dammit. Just run. Oh, Gott. Ciao. Yeet. Yeet. Okay, oh, Gott, Hilfe. Was? Oh, nein. Oh, shit. Okay. Oh, Gott, das ist übel schwer. Okay. Let's go. Und hoch. Geht nicht. Roll dich doch. Noch mal. Oh, Gott. Oh, shit. Kann man sein, dass ich drauf muss? Geht nicht. Kannst nicht mehr runter machen. So. Oh, da hoch geht's. Das hab ich gar nicht gesehen. Oh, shit. Oh, Gott. Geht ja nicht. Dann geht's mir schlecht. Are you crazy? Shit. Jetzt geht's mir gar nicht wieder schlecht. Jetzt geht's mir gar nicht wieder schlecht. Wettbewerb. Oh, Gott. Das ist ein Deluxe. Das Sieg, du. Woo! Scheiße. Oh, Gott, Hilfe. Das ist so geil gemacht. Das ist geil. Ich liebe es. Ciao. Yeet. Geil, wie ich mir Vorsprung verschaffen kann. So nice. Oh, shit. Ich hab das nicht gesehen. Oh, Gott, 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 Gott. Ey, das Game ist so nice. Oh, nein. Ey. 10392, stop this nonsense and surrender. Back, 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 back. Oh, Gott, Stress. Oh, Gott. Ey, ist so geil gemacht. Einfach dieser... Oh, okay. So cool gemacht. Kann ich mich hier nicht einfach mal untermischen? Mein Bart abrasieren, meine Haare ändern, alles. 10392 ist escaping through the roof. Ich kann nicht mal aufhören, so schnell zu sein. Bitte. Bitte lass mich. Yeet. Und... Yeet. Hilfe, hackt noch irgendwas damit... Down the slope, down the slope. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Was? Oh, oh, shit. Oh, my life, like... Ja! Oh, Gott. Shit. Cheat. ja ich fühle es so sehr brudi ist es tut mir so leid oh gott oh gott scheiße ich habe alle zeit der welt alle zeit der welt ok alles gut ich habe alle zeit der welt da kommt ein sehr gut alle zeit der welt da kommt jetzt noch mal eins sehr schön noch mal eins ich warte noch kurz bis es noch mal kommt und der arme das geräusch hat irgend geräusch gehört also wir sind definitiv mit irgendwas ihr tippt wie ihr gesagt habt und das kontrolliert mich weil es ist ja klar sonst kann ja jeder das ist so geil gemacht wirklich liebst online online oh ja ja me too i i can't do a thing on earth what who are you talking to lock down really oh what happened oh that's bad okay i'll see you in the lobby then yeah i'll tell us how to proceed oh don't worry angela take your time i'll be safe in the skyrocket arcade jesus and the arcade they have a covered sit down spectrum cabinet there that's what i percent of the height i could play that thing four hours on just one quarter just one right now problem es wird ein ganz krasser plot twist eingeschrieben worden plot twist ist er ist auch nur eine ki und ich muss ehrlich sagen Ich dachte auch gerade dran, als ich gehen wollte und ich war, als hätte mir den Saft genommen, dass ich jetzt gerade ein bisschen das Gefühl hatte, dass wir alle nur Roboter sind und gar nicht echt sind und programmiert sind für eine Show. Das ist auch ein krasser Plot-Twist. Ja, ja, ist auch von einem, erinnert auch sehr zu meinen Show. Oh, süß, süß. Oh, oh, jetzt gibt's Ärger. Jetzt gibt's einen Arschwoll. Oh, ja, scheiße. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So, hier ist Nummer 6, Kevin, es kann auch raus. So auffällig, wie auffällig will man sich denn eigentlich verhalten? Come on, Angela, think. You gotta come up with something. And suddenly, that Architects of Tomorrow episode just pops into my head. Steganography, a word that comes from combining the Greek term steganos, which means covered or hidden, and graphos, which means writing. Let's take a look at this image behind me. You probably won't distinguish anything, but if we see the image through our red lens, everything in it suddenly makes sense. Das ist geil. And that's what steganography basically is. Concealing a message within another message, or, as we've just seen, an image in another image. There are many examples of how to hide a code in an image, a text, or even a song. Who knows? Maybe this song has a secret message encoded in it, too. Oh. Because, as you can see, steganography is science. And as we know, science always finds a way. If you have a secret and don't want to reveal it, Steganography can be used to conceal it. And that's the lesson we've learned today. Because science always finds a way. Hahaha. I got it. I need to convert my admin permissions into hexadecimal code and then hide it in a non-digital source. A sequence of images. Hmm. Any VHS tape will do the trick. Mhm. Wo krieg ich die her? Recording Studios. Ach, schön, dass hier einer ist. Tippt. Carsten Saab. Please exit through the lobby door. So. This is the video editing room. I gotta get in there to encrypt my cell phone data. Komm mich nicht rein. Ja. Auch ihr, ihr, äh, face oder so. Guck mal, was es mir hier am Laptop hat. Whoa, ZW. I bet the sky will be the last exit of the building. Ja. Sieht aus wie Seth. Hey, da arbeitet Seth. Mit Brille. Das ist Seth. Aha. Was macht er also neben YouTube? Mir, äh, Mist, jetzt ist der, ja, der, der KI-Clip weg. Ja, es könnte echt gut sein. Es ist ein sehr, sehr guter Punkt tatsächlich hier, den ihr angebracht habt. Also irgendwie brauche ich jetzt Access. You are here. Hm. Geh mal da hin. Da komme ich auch nicht rein. Ich brauche jetzt irgendwie den Zugriff. Alles falsch. Wie komme ich denn nochmal da rein? Habe ich hier irgendwie die Möglichkeit, irgendwas zu hacken? Irgendwas zu drücken? Gut. Gut. Jetzt muss ich mich jetzt zu finden, Zeus Washington, Zeke Wasabi oder was auch dieser Mann ist, und klone seine ID. Fernando Salcedo. Wir warten auf dich in der Laptop. Das ist der Cafeteria. Hab mir das Spiel jetzt auch geholt. Süß. Süß. Okay. Vielleicht kann ich hier irgendwas holen, machen, tun. Hm. Wo sind die denn? Ich brauche mich alle anschauen, so voll die... Ah, der war das doch, oder? Not my Zoltan Waldorf. Oder war der das? There he is. Aha. I'm sure he's the storage room guy. There he is. Okay. I'm sure he's the storage room guy. Let me clone your ID real quick. And it's done. Aha, so leicht geht es also. I'm not proud about doing this to Walton Media Coworker, but I really needed your credentials. Zazu, Waluigi. Okay, hat sie noch irgendwo ein Handy rumliegen? Tiffany Schneider. Come to the lobby exit. Okay, ich glaube, damit komme ich schon mal weiter. Das ist gut. So, die sind ja super gesichert. Überall Kameras, ja furchtbar. Also ich meine, ich persönlich, mir wäre es eigentlich komplett egal, wenn ich wüsste, dass die Kameras von Leuten beobachtet werden, die für meine Sicherheit zuständig sind, dass die wissen, wo ich bin, ist mir egal. Im Schlafzimmer würde ich sie nett gern haben, aber sonst wäre mir das eigentlich Wumpe. Nur... Es gab doch schon mal irgendwie so einen Skandal, dass selbst auf Toiletten eine Kamera war, um zu gucken, wie lange die Leute Pause machen oder sowas. Ja, furchtbar. Das ist wie ein furchtbarer Lagerraum. Jetzt müssen wir irgendwo gucken, wo wir hier Kassetten finden, um Gottes Willen. Hilfe. Oh, shit. Meine Güte, ey. Aber hey, Hauptsache Schränken, Regale, um alles zu aus. Oh Gott, kann ich mich hier nicht ducken? Yes, look at this. This girl hat gelernt. Ah, guck mal, da hat es doch... Seymour, Seymour? Seymour, Seymour. Oh, dear, ich hate this place. Very funny. Who's a wiseass? Kann es sein, dass ich hier lang muss? Oh, I'm... Where do I go now? I'm sorry, I apologize, Mr. Seymour. Look at this. Ich bin noch nie durch ein Ventimächtigem im echten Leben geklettert, ihr? Ich hoffe nicht, aber ich hätte mal irgendwie Bock. Aber nur, wenn es auch Spaß ist. Nicht, wenn ich irgendwie verfolgt werde. Nur dann. Rakim Sharp. Oh, guck mal. Hier ist immer die Moderatorin. Willkommen zu GnuTV. Ja. Gruselig. Ja, so geht es mir mit eurem Namen immer. Ah, da. Okay, this Comet VHS will do the trick. Mira, está en español y todo. Genau. Ach, beruflich Luftschränke geklaretta. Sehr scharfkantig an den Verbindungsstellen. Oh, das tut weh, oder? Aber die habe ich doch. Oder muss ich jetzt die gleichen finden? 5C zum Beispiel. Oh, du checke ich es gerade einfach nicht. Klicke auf eine Zelle. Ziehe sie zum Auswählen. Ach so, ich muss sie ziehen. 9C, 9... Ach so, warte mal. Ina Sokoloba. Wie funktioniert das? Wähle String von zwei, drei oder vier Zellen aus. Aber was muss ich machen? Ach so, ich muss gucken, welche in der gleichen Reihe sind hier, oder? Dass ich sage, Clashy 14. Und das sind ja identische Reihen. Ah, okay. Okay, okay. Wo haben wir denn noch gleiche Nummer? 0, 5, F, 1... 4, 9C, 7D. Ist auch ähnlich. Dann haben wir noch irgendwo eine. 5C, 3F, 31E, 8A, FB, 3B, 27, 1F. Das hat so eigentlich gar keine ähnlichen mehr, oder? Hm, 13. Das mit Cyberpunk habe ich auch nie gerallt. Ganz unten, rechts. 47, 80... Nee... Die müssen quasi übereinstimmen. B und C. Und wo? Dann wird dann der A, C... Also ich muss sagen, ich raff's nicht. Kann mir das bitte mal jemand erklären? Dritte Reihe. F1 ist 1F. F1 und auf der anderen Seite steht 1F. F1 und auf der anderen Seite steht 1F. Ach, die sind auch durcheinander gemischt. Oh Gott, wie mies ist das denn? Ah. Das heißt, die mischen sich auch irgendwie durch, oder wie? Oder what? 1F und 5D. Mhm. Ach so, ich muss quasi immer gucken, wo die Paare sich bei mir befinden. 80 haben wir hier und das... Ah, jetzt habe ich 17 und das. Äh... 05. Und 41. Ah. Alles mit seiner Zeit, Leute. Ja, klar, was ist sonst? Gell. Oh, scheiße. Shit, jetzt hat die uns voll erwischt. Oh, oh, nee, das war nicht knapp, die hat die sich einfach erwischt. Fällt doch keinen auf, wo soll ich jetzt hier hin, die Lobby? Hier? Oder hier? Hier wahrscheinlich, ne? Muss ich mich jetzt auschecken? Hey, Angela, que paso? What took you so long? Oh, I had to finish something, Joe. Es mi turno, ¿verdad? Bueno, claro que es tu turno. I called you twice. Put your phone in there and just go home, for Christ's sake. Okay, looks like you're good to go, Angela. Everything is clean. Hey, pero what's up with the VHS tape, eh? You have all those Comet shorts on the WMAX platforms. Ah, well, doblaje puertorriqueño original. You know what I mean? That's right. I forgot, they redubbed it. A rights dispute with the voice actor, wasn't it? Yes. Wow, yeah, that's right, Joe. Bueno, te veo, Luna. See? Of course. Get some rest and see you next Monday. Wow, sieht schon toll aus, ne? So. And then I went home to have a heart attack, which took me a while, since I lived in the far side of Walton employee housing facilities. In fact, I thought about moving closer to the dome for the whole Trevor operation. But come to think of it, living so far away saved me a lot of trouble later. But I digress. The thing is, I finally got to my apartment. Ja, wir haben es geschafft. Oh, schön. Cute. Ob die wohl echt ist? Sieht so tot aus. Sieht aus wie ein Emoji. Geil, das war's. Shut up! Ich bin mit dem Plan. Ich habe alles, was du mir sagst. Und du... Was ist auf dem Punkt? Der Jingle ist. Der Jingle? Was? Was ist der Jingle? Das, was Kovacs erwähnt hat. Der Real R.P.D. Kovacs. Herr Kovacs, waren die Streckelinien zwischen dir und Don Walton die Hauptsache für deine departure von Walton Media? Kind of. Donald and the Board of Directors were interested in developing methods to make it physically impossible for the Arcadians to leave the city. They even wanted to experiment with my Visiorama system for their realignment techniques, as they called them, which I categorically refused to let them do. Probably that refusal had something to do with my departure from the company. What did these techniques consist of? The most popular was a low frequency sound to generate reverse aversion in the Arcadians. They called it the Jingle. Excuse me, Mr. Kovacs, but that sounds a little bit like science fiction to me. And even if it were possible, wouldn't that be illegal? Hmm, that's what we heard. I doubt it. Otherwise, how do you explain that nobody has left the city since the Arcadia 6 breakout? That was the Jingle. How come you guys didn't know about the Jingle? Because it did not exist when we got out. Damn it. If Trevor has that Jingle thing in his head, how are we gonna get him out? Remember, I asked you to preserve your admin permissions? You did that, right? You are going to need them to operate one of those rental cars that some tourists use. Rental car? You mean like a Swift? Yes. Now get him on the road in one of those cars. And as soon as Trevor hears that noise again. I take control of the car and get him across it, right? Ah, okay. That is it. Puh, easier said than done, but I'll try my best. Good luck, Kovacs. We are counting on you. Ich hatte Angst, sein Kopf dann platzt. Also die haben alle so'n Jingle, so'n Geräusch. Deswegen meinte er, als er das Geräusch hatte, konnte er sich nicht mehr bewegen. Voll die geile Aussicht. Die hatte übrigens die ganzen Post-its, wie sie ihn befreit hat. Das hat hier angefangen. Travel Grant, Get Inside Arcadia, Too Risky, Change Appearance, Popularity, Big Reveal Video. Earpiece and Prepare Video, Reveal Video, also wie wir es ihm quasi gezeigt haben. Hier zum Beispiel Avoid the Travel Agents, haben wir ihm gesagt. Voll süß, wie sie ihn gemalt hat. Also sie wusste das schon. If someone ever saw these sticky notes, I'd be in big trouble. Ja, willst du die nicht mal weg machen? If someone ever saw these sticky notes, I'd be in big trouble. I look so happy in this picture of my first day in Walton Media. Our Pad Kovacs is auto... Ja. Das ist halt die Sache, ne? Will ich hier nicht... All Walton Employee Housing have gorgeous Views of the Arcadia Dome. Quite a perk, huh? Da wird alles von gefilmt. Das erinnert mich ein bisschen an Devil May Cry, der Zero-Part so gesehen. Weil da gab es ja auch diesen Tower, der die ganzen Fake News gespreadet hat in der Mitte. Ja, witzig, süß. My collection of masks of the golden century comics. The evolution of cooperation by Robert Axelrod. Mal, mal. Mal, mal. The classic 1985 Goblins and Gravestones basic rules set. Cool, die sind Geek, das mag ich. Ey, voll die geile Wohnung. Kann man nichts sagen. Hammergeil. Die hohen Wände. Alles hier sieht mega nice aus. Mein Bett. Mein Wohnzimmer. Ah, okay. Ja, den haben sie ja getötet und dann wurde ich quasi angeheuert, da zu helfen. Okay. Ah, cute. Cute, cute. Mach hoch. Fische Wohnung. Geile Wohnung. Geile Wohnung. Geile Wohnung. Okay, was gibt's hier noch so? Fein, fein. Fett. Voll süß. Okay. Kann ich hier raus? Kann ich hier schlafen? Muss ich pennen? What are my things? Wahrscheinlich muss ich an meinen Computer. Let's go to my computer. Da. Oder? Ah ja, hier. Voll geil und du hier arbeitest. Holy shit, wär das ein geiler Streaming-Hintergrund. Den sollte ich mir eigentlich merken, ich sollte es mir genauso in 3D nachbauen. Das wär schon fesch. Ja, das wär richtig fesch. Kann man mir das mal screenen? Das sieht richtig fesch aus. Wenn du dir so einen coolen Hintergrund machst. Äh, Likey, mach gern ein Foto von mir und schick's mir auf Wotzi. Das wär richtig nice. So ein Hintergrund. Dass du in so einem Raum bist. Das wär doch fesch, oder? Ein Horror. Findest du? Das ist richtig knorkel. Wenn du so einen Streaming-Hintergrund dir in 3D machen lässt. Mit so einer Werbetafel, wo dein Merch gezeigt wird oder so. Das wär doch richtig geil. Das ist eine volle gute Idee. Likey, schickst du mir das kurz mit Screen und als ähm, mit der Info, mit der Werbetafel hinten im Hintergrund. Das wär geil. Ah, hello again. Oh. Ach shit. Weiß jetzt hier. Oh Gott. This is 28-year-old Trevor Hills. What on Earth? A resident of the Point Siena Drive District. This man is responsible for a serious incident that occurred today at 4.30pm in the Arcadia Central Station. Shit. Lie number one. The serious incident in the Arcadia Central Station was me running for my life. Hills is a severely unstable individual and may represent a threat not only to himself, but to every other citizen of or visitor to Arcadia. Lie number two. I'm not severely unstable. Or at least I wasn't unstable at that time. And look at me, for God's sake. Who could I possibly represent a threat to? If you see this individual, please immediately report him to local authorities. We wouldn't resort to these extreme measures if it weren't absolutely necessary. But our priority is to ensure the well-being and safety of everyone in Arcadia. And that makes three lies in a row. She couldn't care less about our safety. That was exactly the reason why I was running. Vivian has declared that she made that statement to, and I quote, ensure Mr. Hills physical well-being. Oh, of course. She described me as if I were the next Jack the Ripper to ensure my physical well-being. Give me a break. Die verteidigen dir. Warum? Oh, my God. I'm Arcadia's public enemy number one. For now? Make sure you're not seen. Damn. It's the Beastie Boys again. They've sent the Interceptors, to get that with me. Oh, shit. Aber was ich interessant find, warum schneidet er sich nicht einfach den Schnurrbart ab, ändert die Kleidung, und schon wär doch alles wunderbar. Damn. It's the Beastie Boys again. Oh, shit. Da kann ich nicht hoch, ne? Ich muss hier warten. Oh, Gott. Hilfe. Die kommen jetzt, ne? Oh. Scheiße. Oh. Bitte geh weg. Ja, Haare blond machen, oder schwarz. Haare abrasieren. Was anderes anziehen, und schon erkennt mich keiner mehr. Shit, der guckt voll in meine Richtung, ne? Ah, shit. Ich muss anhalten. Glaube ich hier anhalten. Ja, hätte sie im Hotel umziehen können. Versteh ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ah, shit. Die Drohne. Hm, was muss ich da tun? Wahrscheinlich muss ich da direkt aufhalten, ne? Wahrscheinlich den Aufzug runter machen, bevor die überhaupt kommen, ne? Oder einfach rennen. Ah, shit. Die haben mich schon gesehen. Ah, wie verhindere ich das? Ah, shit. Die haben mich schon gesehen. Aber wie verhindere ich das? Weil die holen ja die Drohne, wenn sie mich sehen, weißt? Ah, hinter dem Schild bleiben. Ah, ja. Ah, ja. Richtig. Hä, wie mache ich das jetzt? So euch die jetzt runterlassen? Ist doch viel zu gefährlich, oder? wo dann kommen die ja raus ihr idioten ihr narren ja zieh dich um endlich mal gute idee halt doch gar nicht auf in so einen laden gehst gute idee der schweiß schnurrbart muss weg der schnurrbart muss ab ganz einfach schnurrbart glatze fertig sehen alle gleich aus und haben keine nase aber es wird sicherlich nicht piepen jetzt ne ok keine pipa an Very, very nice. You mean, like a Swift? You know I won't be able to drive if I hear those noises, right? Don't worry about it. As soon as you hear them, just let me know and I'll do the driving. Remotely. And what about after that? You slip through the dome's exit and congratulations to your free man. The dome? What on earth is the dome? Oh, wait, let me guess. I'm about to discover another one of Arcadia's intricate lies, right? Sorta. Your attention, please. This is a message from Arcadia's security forces. We believe the fugitive Trevor Hills may be inside this premises. Oh, God. Wee einfach. Nein, nicht rennen. Es fällt doch voll auf. Ich glaube, es müsste nachts sein. Ja, ich glaube, es müsste langsam nachts im Gähen. Oh, God. I know I'm always asking, what is that? But, what is that? A docking station allows a qualified stage technician with admin permissions to control and or manipulate whatever automated personnel is attached to it. Now I can control that droid would have been enough for me. Ah, okay. Oh, God, Hilfe. Oh, God, Hilfe. Hilfe. Gar nicht mal so einfach. Null auffällig, ne? Aber wirklich, es ist wirklich null auffällig. Puh. Okay, let's go. Okay, Hilfe. Voll süß, wie ich daran abgehe. Okay, das heißt, ich muss jetzt irgendwie den da rüberbringen, ne? Das ist der oben rechts, ne? Den brauche ich jetzt. Oh je, Hilfe. Kann ich irgendwie die auch steuern? Ne, ne? Ich kann nur die hier steuern. Ah, okay. Das heißt wahrscheinlich... Ne, wahrscheinlich nicht. Kann nur die kleinen Dinger hier steuern. Okay, dann glaube ich, muss der nämlich hier lang. Das muss... Runter. Noch eins runter. Dann muss das da hin. Aber warum sollte das so sein? Was ist da jetzt der noch drauf? Hallo, ich würde gerne da hochgehen. Oh Gott, das ist ja... Das funktioniert ja gar nicht. Achso, ich kann immer nur eins steuern. Achso. Ich kann jetzt gar nicht mehrere drauf tun. Okay. Das heißt, das muss jetzt dann trotzdem nochmal hier hin. Und die anderen kann ich gar nicht usen, ne? Muss ich das grüne nehmen? Rot runter, ne? Okay. Aber ist es überhaupt nichts? Rot muss runter. Das Problem ist, ich kann ja die anderen Autos nicht usen, ne? Genau, das Rote muss ja hoch. Ah, okay. Ja, 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 natürlich. Ich kann das jetzt hier hin parken. Oh, halt. So, ich kann das jetzt da hinschieben. Ich mach das nochmal... ...glaub ich hoch. Ah, nein. Falsches Auto. Angela, didn't you say this car didn't have enough battery to reach the dome? I know, I know, I know, I know. But I need to... Genau, dann kommt das Gelbe dahin. Das ist halt die Frage, ne? Jetzt mach ich doch irgendwie das Grüne. Wo kann ich das Grüne? Ich kann das Grüne jetzt da nicht abstellen, erstmal. Genau, so. Ah, ich kann's da abstellen. Ja, dann ist ja easy. Dann kommt jetzt das hier hin. Hoch. Nein, hoch. Und dann kommt das nämlich jetzt da hin. So, dann machen wir das runter. Noch eins. Und das kommt jetzt da hin. Und dann kommt nämlich das Grüne. Kommt dann nämlich jetzt da hin. Also ich bin ganz schlecht bei solchen Sachen, ne? Wollte ich nur nochmal sagen. So. Und dann kommt nämlich jetzt das hier hin. The red one. Let's go, my friends. Ooh. So. Okay. Nice. Nice to do. Nice to do. Kann der überhaupt fahren? Wahrscheinlich schon, ne? So. Ich mach doch mal. So. Und zurück. Let's go. Viel Spaß. Wir hören uns wieder. Ja. Look at this. Oh, mein. Look at this sweet ride. Shining aerodynamic lines. A masterpiece of craftsmanship that combine. I hate to interrupt your beautiful love story with an inanimate object, but we better get a move on. Ja. Sheesh. Fine. Let's get go. Uh, Angela? Yes? Can you tell me a little about that dome you mentioned earlier? Oh, yeah. That. Die Kruppel. Live from the Arcadia Dome, I'm your host, Vivian Walton, and this is American Arcadia. Whew. Oh, my, oh, my. Looks like a storm is gathering. And no, I'm not talking about the three-day blizzard that the weathermen have predicted. Here in Arcadia, we're safe from all of that inside our precious weather-controlling dome. Thanks for that, Grandpa Elijah. What I'm talking about is something that some of you Tiffany-ers might already know. If you were one of the 2.6 million viewers who yesterday watched the passionate stolen kiss between supermodel Tiffany Amber Gaines and, oh, boy, Steve Just's best friend, Logan Krakowski. I guess that explains the argument they had last Sunday during the Addams game, huh? My nasty remark of the week award goes to user AppleSphinx91, who posted, No wonder why Tiffany broke up with him. There's only one person Steve Just could actually fall in love with, and that is himself. Oh, God. That burns. The polls are on fire. 34% believe Tiffany had every reason to give Steve the boot. But look at this. 58% and rising are in favor of the Tiffany-Logan romance. Log in to your AA Live app now and let us know your thoughts. But we can't forget our loyal Justifiers, who are supporting their idol Steve Just, and think that Tiffany and Logan's relationship is simply going nowhere. Oh, yeah. Everything okay, Trevor? How's the car battery? Good. Good. Still full. This is quick, smooth as silk. At this pace, we'll reach the dome exit in no time. Let's hope so. Mind if I tune to a little music? Not at all. And you're listening to W.A.B.C. hits, Arcadia Station, with the finest music around the clock. Finest music. This is DJ Zoom, with the cream of the crop, only Stella, out of sight, number one hits, baby. And the music just keeps coming in this hot Friday afternoon. Ah, much better. Next is my girl, Meryl Jefferson, with her Garoovy hit, Don't Be a Fool. Oh, come on, Angela. What? I had nothing to do with it this time, I swear. God, what have I done to deserve this torture? The song is everywhere. Enough already. Tschüss. Everybody loves Meryl, man. Don't be a fool as a hit. Inside and outside. Oh, oh. Shit, 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 shit. What? I can see five Interceptor-Cars and they're heading straight to the Arcadia Dome. What? You think they're coming after me? It's very likely. I have to think of something. Oh, oh. Da ruft der bei mir an. Wer da anruft, erfahrt ihr allerdings. Erst im Finale, und zwar in der nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt. Game ist ultra geil. Lasst echt viel Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich immer sehr freuen. Eure Theorien, wie das hier ausgeht. Ich sage jetzt schon mal meine. Wir werden es in der letzten Folge, in der nächsten jetzt erfahren. Ich würde sagen, ich tendiere dazu, dass wir, ah, sind wir eine KI oder nicht? Nee, ich glaube, dass sie und er ein Teil dieses Spiels sind und es noch nicht wissen. Das ist meine Theorie. Ich bin gespannt auf deine und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge.